Eine leichte Brise streicht sanft über deinen Arm. Wo bist du diesmal nur gelandet? Ist das ein Strand? Nein, als du dich umsiehst, erkennst du weit und breit kein Wasser. Überall nichts als rotbrauner, herrlich warmer Sand. Leider aber zu fein, um eine Sandburg daraus zu bauen, wie du feststellst, als du ihn sanft durch deine Hände rieseln lässt. Doch um Sandburgen zu bauen, bist du ja nicht hergekommen. Irgendwo hier muss es doch Dinosaurier geben. Du erinnerst dich, wie du neulich Patsch geholfen hast und beschließt, auf eine hohe Sanddüne zu klettern. Von dort hast du bestimmt eine bessere Aussicht. Durch den Sand zu laufen ist ziemlich anstrengend. Du spürst, wie du bei jedem Schritt leicht einsinkst. Aber schon bald bist du oben angekommen. Von hier ist die Aussicht sogar noch viel schöner. In der Ferne erspähst du mächtige, rotbraune Felsklippen. Davor ist ein kleiner See, an dessen Ufer viele saftig grüne Palmen wachsen. Und nicht weit davon entfernt siehst du die ersten Dinosaurier. Es sind sehr viele. Bestimmt mehr als 20. Sie sehen ein bisschen aus wie Patsch, sind aber viel, viel kleiner. Bestimmt ist keiner dieser Protoceratopsia größer als ein normales Schwein.